Ich mach das hier, Nemo. Boah, wie ich hier grad baue, ist so kacke. Verbau mich denn dauernd. Verbau mich denn dauernd, deswegen hab ich das gesagt. Und wenn er dann anfängt an den Block zu wechseln, dann setzt er da natürlich nix. Daher hatten wir hier dieses komische Verzauber mit diesem komischen Zauberstab da. Was? Dieses Magiezeug hier. Ja, da haben wir drauf. Das hätten wir hier auch keine Wissen. Ja, man weiß ja nie. Das hätten wir hier auch keine Wissen. Weil die kommen ja aus dem Mod. Achso, okay. Du hast ja echt keine Ahnung. Ne. Ich weiß nicht, wo was her, wie und was her kommt. Echt, ich sag das ist mir aber auch egal. Ich glaub ich hätte das auch erkannt, ja, wenn ich Shift auf ein Item gemacht hätte. Nein. Ich bin schlecht, ehrlich. Manchmal bist du wirklich schlecht. Oh, da war noch ein Block. Cool. Das ist auch noch ein Block gewesen. Äh, ich würde ja jetzt schlafen sagen, ne. Aber ich glaub du bist auch unten in der Hölle, ne. Ich kann auch, ich hab das Bett auch hier unten. Okay, warte. Mach euch noch ein Stückchen weiter. Mach 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 noch. Ich zück schon mal mein Schwert. Boah, jetzt ist hier ein Schleim. Verpiss dich, Bren. Ich bin auch da hinten eine Spinne. Natürlich nicht getroffen, bin ich doof. Bist du? Äh, ja, ich hab Angst, ein Creeper ist in meinem Haus. Schlafen. Ja, ich lieg. Ja, ja. Ah. Ja, ja. Hm, hm. Ah, Zombie! Du brennst eh. Wo ist der Creeper? Wo ist er, 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 wo ist er gegangen? Geh up, Slime. Ich hab keinen Bock auf neffige Slime. Da ist er. Creeper! Ich ernerve nämlich immer. Da hinten. Komm. Du bist mein, ich kill dich jetzt. Zack. Und deine kleinen Freunde davon auch. So, das brauche ich nicht. Tritt ist ein paar Erfahrungen. Oh. Nein, nein. Ach so. Ich kann nicht auch abschalten. Prozea grad nix. Obwohl, ich müsste noch ein bisschen mehr Kupfer produzieren. Findest du? Mehr Kupfer! Mehr Kupfer? Wie viel Melonen habe ich denn eigentlich? Spuka? Naja, gut. Spuka? Spuka de Buka. Spuka. Hallo Mumia. Let's Mumia time. Spuka de. Spuka de. Spuka de. Spuka de. Spuka de. Ach doch, wie ist es hier? Ein Skelett? Spawned. Sag aber, mir hilft das ja eh nix. Ich muss jetzt mal alles ordentlich ausleuchten. Oh. Aber hab ich grad keine Lust drauf. Tschüss. Dafür hab ich ja meinen Bogen da. Hab ich schon gesagt. Du kannst das super benutzen. Und wenn die direkt nicht misspawren. Klatsch weg. Mit Vampirismus drauf. Vampirismus. Vampirismus. Aha. Das Vampirschwert. Waaah. Zwei. Ha. 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 Ich laufe die ganze Zeit lang. Aber zusätzlich doppelt. Lässt du gar nix. Lässt du die Lücke. Dann setz ich schon unten weiter. Weil es schief geläuft. 1,2. Ja, man kann das leider nie wirklich gerade laufen die ganze Zeit. Manchmal klappt das nicht. So hoffen wir das jetzt. Klappt hier. Seid zombie süß und nicht. Und natürlich ein boss zombie dabei. Der. Gut. Zack. Ich hab ja mal nen Bogen. Wie gesagt. Autsch. Autsch. La 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 la. Jetzt muss ich erst noch zu essen, weil sonst bin ich tot. Dann mach wir hier n Loch rein. Da ist so ein zombie mit. Rückstoß. Uuuu, die sind gemein. Ja. Rückstoß schaden da. Warte warte warte. So ein boss zombie. Also, die erste Ebene hab ich bis zur Hälfte fertig. Na hast du aber noch was vor dir. Ja, ich weiss. Ach schaffst du... Ja, wenn, dann mach ich das aufstehen, wenn wir nicht aufnehmen. Ist ja nicht so schlimm, aber sowieso so vieles halt mit zum Vorbereiten ist ja meistens. Vielleicht baue ich dann doch den Filler ein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dann muss ich wieder immer die Hälfte abreißen. Oh, Mann, ey. Das ist immer das Märzige. Du bist nur am Stöhnen. Ja, aber nicht. Ja, aber nicht. Du Stöhner. Du Stöhns. Du. Nö. Bäm, bäm, bäm. Lalalalalala. Lalalalalala. Das wird bald hier noch eine grüne Visier nicht, aber es wird auf jeden Fall grün und nicht so Sand. Hm? Ich mach, glaube ich, hier alles mit Grün hin, statt Sandboden. Aber dafür regnet es bei mir nie. Ah, das sieht ekelhaft aus. Egal. In der Wüste. Wir haben, das ist bei das Bankraft-Team auch in der Wüste gehabt. Dann haben wir nach der Zeit alles durch Erde setzt. Das sieht scheiße aus. Ach, mich stört das nicht. Ja, ja. Also kann ich die Textur anfassen. Ja. Ist das für die Wüste noch außerdem so hell wird. Heu noch. Nein. Heu noch. Heute nicht. Nein, das ist. Heu noch, heu noch, heu noch, heu noch. Dem. Ich glaube, ich mach das echt gleich mit. Vielleicht hab ich keinen Bock mit Pörn. Ich mach die erste Ebene fertig und dann mach ich alles mit Filler. Fauler Sack, du. Bist ein fauler Sack. So, und daneben machen wir jetzt immer... Fauler Sack. ...dit noch hin. Da ist gleich auch was auf den Mund. Puff. Hier machen wir offen. Ach ja. Hier machen wir noch offen und dann ist es glaube ich auch gut. Ja, 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 ja. Dann ist glaube ich auch gut. Wenn du meinst, dann ist es gut. Jaa. Oh, ein Creeper, hi. Hey, Mr. Creeper, komm auf meine Party. Ich stelle dir meine Freunde vor. Oh, ich bin doch gestorben. Ich brauch schon mal was zu essen. Oh. Wie lange? Wir müssen ja schon anderthalb Stunden aufgenommen haben. Minimum. Ja, ich weiß. Ja. Elf Minuten noch, dann sind das zwei Stunden. Meine... Wir nehmen keine 2 Stunden auf. Ich hab gesagt 3. Okay, wir machen 3. Keine... Ich hab gesagt keine Sache. Okay, 3. Alles klar. Aber wir müssen trotzdem da hinauslaufen, dass wir 3 Stunden machen. Japp. 3 Stunden... Bekloppt sein hoch 5. Ja. So. Das sind wir auch so, wenn wir nicht aufnehmen. Jaaaa! Jaaaa! Habe ich echt einen bekloppten von, aber... Jaaaa! Du magst es doch. Jetzt sind deine Freunde nicht und für bescheuert. Japp. Die müssen doch gleich da sein. Ja? Ja. Hey. Njaaaa! Njaaaa! Ich hab gesagt, ich mach nur bis 8. Wie jedesmal. Ja. Aber ich glaub, das war sie sowieso schon. Alles bis das Händeschild. Alles bis das Händeschild. Jaaaa! Immer alles meine Schuld. Du warst es auch so, so 3 Stunden. Wollt' ich gar nicht. Oh, du hästliche Fledermaus. Echt. Ist die mir voll im Wickel verloren und so konnte ich nicht bauen. Mie 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 mie. Mie 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 mie. Mie 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 mie. Mie 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 mie. Mie 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 mie. Mie mie mie. Mie mie mie. Warum wurden die hier da eigentlich... Warum wurden die hier da eigentlich... eigentlich reingemacht? Weißt du das? Was? Warum wurden die Fledermaus eigentlich mit... Weiß ich nicht. Aus... Nonsens. Damit auch Tiere in der Höhle sind. So glaube ich deswegen. Wollt. Nein, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten, diese Frage. Braucht man nicht, ehrlich. Solange man da nichts kriegt, braucht man die nicht. Ja. Das ist einfach Schwachsinn. Einfach. Kill, weiß nicht, 20 Fledermaus mit... und sammeln die Flüge und dann kannst du ihn rein. Ja. Leid darauf bauen. Sowas oder so. Und nein, jetzt habe ich auch noch so unsymmetrisch gebaut. Verdammt. Jey. Irgendwo ist hier eine Spinne gerade runtergefallen. Die ist zu doof gewesen. Die wollte zu mir, rennt weiter und wird runter. Hu 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 hu. Wie dämlich. Genau wie Flash. Nein. Doch. Warte, ich mache nur ein Fenster rein. Ich mache glaube nur ein Fenster rein. So, ich habe das gleich fertig erstmal. Die erste Ebene. Na ja, und ich muss das gleich mal programmieren. Ja. Aber das habe ich schon fertig geschrieben, das Programm. Achso. Abrufweise, ne? Na, das Standprogramm schreibe ich nicht. Nochmal. Und so. Und nicht innen geben, das dauert viel zu lange. Oh, stell dich mal nicht so an. Doch. Nein. In dem Fall ja. Nein. Ein Fehler und das ganze Programm funktioniert. Nothing. Und du bist doof. Jupp. Hast du auch recht. Enderman, hi. Ey Mr. Enderman. Wieso brennt der? Hast du das Fire-Ding drauf? Ich habe nichts gemacht. Ach, wahrscheinlich würde er mich gerade trauen. Kann sein, ja. Ja, dann hast du... Ja, dann hast du... Genau. Nee, vor uns ist das... Oder das Fire-Hour. Ja, genau. Feier, genau. Habe ich drauf, ja. Ja, dann brennt er auch. Wobei ich ihn noch nicht mal angeguckt habe. Ja, dann brennt er auch. Die Porten kann, wenn ein Pfeil kommt, ne? Ja, das hat mich auch gewundert. Mach diese Haarbringer aber auch. Nervt. Ehrlich. Zwei Truhen, dann schreibe ich das Programm. Fertig. Mögen kein Wasser, aber auch kein Feuer. Ne? Ne. Wege Viecher. Hat der bei Feuer auch rumgebackt? Ja. Na dann. Du weißt doch, wenn der Pfeil im Pfeil sich aufräumt. Siehst du? Mein Handy vibriert. Ich bin da. Willst du mich rein? Ne, ne, Schlüssel. Ich weiß. Nein, jetzt habe ich F8 angemacht. Verdammt. F7 muss ich da anmachen. F8? Dann ist das eigentlich nicht. F8 ist Slow-Mo. Achso. Cool. Du hast ne Uhr, ne? Wieso? Ach wohl, ich kann, glaube ich... Die Uhr stoppen? Auf dem zweiten Bildschirm auf die Uhr. Ja. Ich habe ja den Ordner auf, wo ich dann immer gucken kann, wann wir dann gestartet haben. Ich brauche immer nur auf die Aufnahme gucken. Ah, ich glaube es funktioniert auch. Ja, die läuft weiter. Alles klar. Weil steht ja die Uhrzeit bei. Ne, bei mir läuft es aber auch weiter. Ne, wie gesagt. Ich habe den Ordner auf, um zu überwachen, was auch wir aufnehmen. Also das gestartet ist. Dann kann ich gucken, wann gestartet wurde und ich kann auf die Uhr gucken. Guter Junge. Ich weiß. Auf dich ist kein Verlass. Auf dich ist kein Verlass. Wir ändern. Höh? 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 Oh, oh, es wird wieder dunkel. Oh, stell dich mal nicht so an. Ja, wir können auch, wenn du willst, können wir hier bleiben. Ich sitze sowieso gerade in den Turtles. Ich habe eh gerade das sind fertig. Die erste Ebene. Labelset scharf 1. Scharf 1? Obwohl kann ich gleich hier auch direkt reinschreiben. Was ist denn das? Äh, ich mache jetzt hier volle Wachen, genau. Volle Farm? Wolle, was hast du dir gesagt? Du hast nicht Wolle Farm gesagt. Du hast irgendwas anderes gelernt. Wolle Farm. Wolle Farm. Wolle.